Hallo, ich bin der Hauser Solo. Das ist mein Daily Vlog. Viel Spaß mit meinem neuen Video. Aloha! Wenn euch gestern die Fortsetzungsgeschichte von Das Huhn gefallen hat und ihr deswegen heute wieder da seid, heute gibt es den zweiten Teil. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, dann schaut euch erstmal den ersten Teil an. Den verlinke ich euch oben rechts und unten in der Beschreibung. Wenn euch das gefällt, dass ich euch Geschichten vorlese, dann klickt doch mal unten auf den Abo-Button, dann verpasst ihr keine weiteren Geschichten von mir. Und jetzt gibt es das Huhn Teil 2. Noch eine Runde. Das wäre dann die fünfte. Kannst du das erstmal bezahlen, bitte? Ey, ich bin Schlagzeuger in einer Band. Trotzdem musst du bezahlen. Ich kenne dich nicht. Aber da saß ein Huhn in meiner Dusche. Das ist was anderes. Echt? Kommt das öfter vor? Ey, hör zu, du abgefucktes Arschloch. Du zahlst jetzt oder du gehst dir mit gebrochener Nase raus. Eine Minute später saß er auf der Straße, hielt seine blutete Nase und fluchte. Ein vorbeikommender Mann hielt an und fragte ihn, ob er helfen könnte. Ich will nicht nach Hause. Ja, das kenne ich. Und wie lange bist du schon verheiratet? Ich bin nicht verheiratet. Was ist denn dann das Problem? Da ist ein Huhn. Ein Huhn? Ein Huhn. Und es liegt Eier. Ich stelle die Frage nur ungern ein zweites Mal. Aber wo ist das Problem? Er schaute den fremden Mann lange an. Sehr lange. Dann nickte er langsam. Genau. Ich lasse mich doch nicht von so einem dahergelaufenen Huhn verrückt machen. So ist richtig. Jetzt wisch dir mal das Blut aus dem Gesicht, trink einen Kaffee und dann geh nach Hause. Langsam und vorsichtig öffnete er die Tür. Er linste in den Flur. Nichts zu sehen und zu hören. Er betrat seine Wohnung und schloss leise die Tür. Hallo? Emma? Er hörte nichts. Emma antwortete nicht. Emma antwortete nicht. Uff, dachte er sich. Vielleicht war alles ja nur eine Einbildung. Er sollte besser auf seine Gesundheit achten, dachte er sich. Er ging in die Küche und erschrak. Da war Emma. Emma saß auf dem Wasserhahn und schlief. Jedenfalls kackerte es nicht und hatte die Augen zu. Offenbar saß sie da schon eine ganze Weile. Das ganze Waschbecken war vollgekackt. Was machst du hier? Emma wachte auf, flatterte erschrocken auf den Boden und kackerte wild umher. Ich dachte, du wärst eine Einbildung. Wegen dir habe ich auf die Fresse bekommen. Wegen dir macht sich meine Band lustig. Emma gackerte immer noch. Es klang wie ein Lachen. Das war der zweite Teil von Das Huhn. Der dritte folgt bald. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst mal ein Kommentar da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dürft ihr auch ein Dislike da lassen. Aber dann wäre es schön, wenn ihr es begründen würdet, warum ihr es nicht mochtet oder beziehungsweise warum ihr ein Dislike da gelassen habt. Und ansonsten ist noch zu sagen, bleibt gesund, wascht euch die Hände, putzt euch die Nase, putzt euch die Zähne und denkt dran, es kommt immer anders, wenn man denkt. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.